Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Diablo 3 Tormund 6 Magda Fight. So, wir sind jetzt beim nächsten Boss. Wir haben jetzt angefangen mit dem zweiten Akt. Und probieren wir mal dort die Bosse zu legen. Mal schauen wie es läuft. Akt 1 ist schon clear. Akt 1 haben wir schon gecleared. Schauen wir mal wie es hier läuft. So, ich bin da. Du kannst ruhig Zeit lassen mit dem annehmen, ist kein Problem. Okay. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage ab. Ja, klar, dann. Er prockt irgendwie an. Das ist ja noch viel weniger live wie ich. Das ist der andere. Finde ich, oder? Hast du den Bullse sehen, wenn er prockt? Jetzt halt. Sollen wir dann später auch mit der Fon probieren? Ja, klar. Ja, nicht jetzt. Was? Ja, mit der Fon geht das auch, oder? Er hat grad eben, glaub ich, geprockt, ja? Fast geprockt. Also ich hab zumindest gesehen, dass er mal... Ja, ich auch. Also prockt das auch mit A schon. Nur nicht so häufig. Das heißt, du musst ein Spam-Bild bauen mit denen. Ja. Das heißt, ab sofort ein Spam-Bild und dann hast du... Ja, irgendwie... Ja. Dann ist Tim und Sex überleben und Spam-Bild und dann hast du's. So, wir werden während der Aufnahme von einem neuen User beheirren. Achtung Eis, Jungs. Oh, scheiße. Was ist denn hier los? Ja, wir sind grad am Bosse machen auf Tom und Sex. Jungs. Ersten Akt haben wir schon fertig. Ersten Akt haben wir geschafft. Leider nicht so. Leben alle wieder? Ja. Wir müssen die Ads töten, ne? Das sind die Ads, die das machen. Ads. Oh. Okay, ich bin da. Ich hab grad Kinkerchen. Tja, ich auch. Hab dich. Nee. Das ist ne Schwester. Eis, 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 Eis. Fuck. Dann warte mal kurz. Also man sieht. Nicht so einfach der Fall. Einer wurde wiederbelebt. Klische. Toll, Alter. Scheiße, jetzt mal. Das ist halt unser toller Tankmensch. Ja, ja, ich kümmere mich gleich um den letzten. Das war der vorletzte. Ich wurde abgebrochen. Ich wurde abgebrochen. Bist du wieder tot, Pindu? Nee, ich wurde eigentlich wiederbelebt. Jetzt wurde ich wiederbelebt. So, ich krieg Stunne. Eis, vorsicht. So, jetzt hab ich alle. Tut mir leid, hat ein bisschen gedauert. Okay, die Ads sind down, ja? Nee, sind hier. Nix ist dann. Weiß ich. Ich kümmere mich auch um die Ads. Ja. Ja, ja, ja. Warte, da kommt ein Fliegenschwamm. Leid da oben, leid da oben, leid da oben. Na, zwei Ads sind noch da. Wenn du downingst, ist das kein Problem. Sag mir einfach Bescheid. Dann wäre ich gleich wieder da. Meine 10 Millionen Plätze, ey. Ist doch schön. So, wir haben sie über die Hälfte. Professional Gaming. Sie müssen jetzt, sie müssen noch einmal spawnen und dann... War's das, oder? Boah. Ich glaube, da kommen keine Ads mehr. Zum Glück, dass sie nicht mehr in Unverwundbarkeitsform, ey. Da sind sie... Jetzt müssten sie Feuer, glaube ich, machen, oder? Ja. Da hinten sind noch... Da hinten sind noch mehr Ads. Alter. Hier hinten die ganzen Viechermann. Verwandeln sich jetzt, ne? Ja. Boah, liegen die Viecher aber noch. Die machen einen Schaden. Ich versuch sie jetzt erstmal zu töten. Ich kümmere mich mal um die Ads. Sonst... Ihr macht da weiter auf Markreft, nein. Aber die haben nur, ähm... Dem ist... Feuerspiel. Mit Explosoren, ne? Da müsst ihr aufpassen. Achtung, Alex. Lass fliegen. Fressen. Oh, ihr Scheiß. Wen hat's für dich? Alex. Keinen, nicht wiederbeleben. Ich muss erstmal hier mich ein bisschen... ... selbst um meinen Scheiß kümmern. Die... die brechen mich ab beim Wiederbeleben, tut mir leid. Du hast sie erstmal zu töten, ja. Du hast sie erstmal zu töten, ja. Ne, mischt gleich gut aus. Ey, was hält der von der Spektran-Klinik? Nichts, weil du da dran gehen musst. Ja. Und bei dem Skindor auch. Aber der... der... der macht wenigstens hier. Der first mal nicht hier. Ich glaube, der first Akran-Geschoss war vor dem Besseren. Ja, danke. Welchen Anker hast du denn bei dem Schlechtheit-Klinik habt als primär? Bitte? Welchen hast denn grad ihr beim Schlechtheit-Klinik habt als Anker? Einen hab ich. Weil der hat doch echt oft geprockt. Ich weiß nicht, wen ich hab. Ich bleib halt alle schon. Ich hab grad einen geretzt, ne? Ja, so vor war halt... ...magischen Geschoss. Ja, ne magischen Geschoss. Der hat echt oft geprockt, äh, weil... ...definitiv. Ich hab zwei von den... ...zwei von den Monstern voll. Dann müsste er auch noch eine bauen. Boah! So, er ist gerest. Sehr schön. Es sind nur noch drei Monster oder so. Magda hat auch nur noch... ...fund zu leben. Achtung, Expediter. Ja, ja. So, ein Mop noch und Magda ist gleich da. Ja. Ja, um die Mop kommt er sich da unten in unserem Mod. Haben sie. So, das war Magda. Tom und Zach. Danke fürs Zuschauen. Brrr!